Ja, also er hat mich mit seinem Wohnmobil überholt und da ist ihm hinten rechts der Reifen geplatzt. Dann ist er auf meine Spur gezogen, hat versucht gegenzulenken, ist dann die Leitplanke eingeschlagen links, hat sich dann nochmal überschlagen und ist dann fünf Meter vor mir zum Stehen gekommen. Mein erster Gedanke war erstmal anhalten, raus, ob man erste Hilfe leisten muss, gucken wie es den Leuten geht, zu sehen, dass die da rauskommen, weil auch Diesel ausgelaufen ist. Man muss sich das immer so vorstellen, wenn man selber in der Situation ist, dann will man ja auch nicht, dass alle anderen dran vorbeifahren, dann will man ja auch Hilfe bekommen, weil vielleicht geht es einem schlechter als den Personen, die jetzt da drin waren. Und da hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt, habe ich sofort angeholt. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Die Welt.